Es ist auch etwas ganz Besonderes für mich, wenn ich nur für eine Person speziell spielen darf. Während meines Studiums in New York in der Julia School habe ich das oft so mit den neuesten Kompositionen und Arrangements so gemacht. Ich würde das gerne heute Abend wieder so machen. Und dann, Jörg, hast du denn jemanden für heute Abend gefunden? Ich denke ja. Darf ich dich einladen für einen Song auf die Bühne? Wie heißt du denn? Oslam. Oslam, ich grüße dich. Bist du aufgeregt? Sehr. Ich auch. Kommst du einfach mal kurz mit? Jetzt muss ich ganz kurz erklären für das Publikum, weil die Leute nehmen mir ja nie ab, dass wir uns nicht kennen. Wir haben uns vorher nie kennengelernt, richtig? Richtig. Richtig. Wunderbar. Das ist schon mal geklärt sozusagen. Bist du alleine hier gekommen zum Konzert? Erste Mal oder? Nein, zum vierten Mal. Zum vierten. Oh. Wird aber schon zur Sache gegangen hier. Es ist doch noch gar nicht so spät. So, ich habe das vorher schon ganz kurz moderiert. Wir spielen etwas speziell für dich. Alle mal wegschauen. Um, guys, are you ready? Okay. Amen. 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 Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß.